Hast du die Kampfpommes Frida zugucken können? Du? Ja Bernhard, hast du schon Schnee weggemacht? Wie ist da auch die Idee? Ja, ich weiß. Kannst du aus der Fall auch sein. Wenn jeder bereit Dreck kann man anfangen. Ein paar Winterreife drauf, Bernhard. Wenn jeder bereit Dreck kann man anfangen. Hast du den Urlaub gut geplant? Ich? Wieso? Ah ja. Danke. Ein Rotalber hat es nicht geschnitten wahrscheinlich. Ah ja, ist doch gut, oder? Wenn es schon ein Alternatorlaub hat. Ah ja. Sei es. Wenn ich ja. Danke, danke. Hätte ich jetzt kein Interesse drauf. Seht's schon machen, wenn ich jetzt mal in den Ruppertal fahre möchte. Seht's da dann die Hörse voll scheißen? Hm, ich bin sehr oft schon gefahren, wo... Schneegele hat die... Und? Jetzt fühlt sich das anders an. Und die Autobahn auch, von daher. Können wir vielleicht draufstecken, oder? Was ist? Ei. In Städtfahrer ist dann natürlich nicht so lustig. Da ist ja recht. Bernhard, da ist ja recht. Aber da muss ich manchmal... Warum rutschst du dann wie ein Ochs? Ja, da kann es Sinn, dass du einfach mal tot bist. Du bremschst. Du merkst dann aber... Samuel. Haben dir die Bremse abmontiert. Und auf einmal bist du tot. Es... Utsinger nennt sich das. Utsinger-Effekt. Der Utsinger-Effekt... Hehehe Bernhard, machst du eins mit? Doktor Bock, machst du eins mit? Na schön, Impressor an einem mitzumachen. Fortnite, sag ich. Ja, soll man Fortnite spielen? Habt ihr genommen? Bin da einem Minion zugesucht. Er verliert nie. Er gewinnt jedes Spiel. Hier muss es Spaß machen. Auf Orten, oder was? Ja, der lädt sich auf die Zett gar nicht hin. Oh nein. Box 1 ist in die Eier. Wie lädt man sich hin? Scheiße. Vor allem. Guck mal links oben auf die Öfters. Ja, hab ich nicht auch. Ah. Also bei mir sind 47 da. Und auf dem Testserver sind sie 24. Ah. Ja, zumindest will ich mich hin. Weder Z... Weder Z noch Y ist gegangen. Geld oder Geld? Ja, Geld. Nein, wir gehen noch kurz in die. Die sind direkt wieder ausgefallen. Okay, Manni. Verschüttenski. Ja, das ist gut. Dann bist du versuchst hier ziemlich gut die blaue Markierung zu treffen. Was? Dann bist du versuchst hier genau die Markierung zu treffen. Ja. Da geht nämlich noch der Ende der anderen hin. Ja. Urlaub. Mich hat schon einer mit der Pistole gelatzt. Und ich hat äh... Burstfeuer waren. Und warum? Weil ich gerecht geblickt hab und hab nix mehr gesehen. Weil mein eigener Charakter im Werch war. Es gibt Schlimmeres. Wir haben mal eine Fertigstunde geloot. Dann sind zwei nackte Augfer gekommen. Und dann waren wir tot. Ja, das stimmt leider. Oh, oh, das passiert auch manchmal. Bin fast tot. Das ist einfach das Fall... Das ist selbst ein Fallschirm abgerissen. Ah, es ruckelt einfach. Soll es auch nach schnell, ne? Ja, aber merkst du, wie viel Spaß das macht, dass du das ruckelt? Na... Es ist gleich wieder ein ganz anderes Spielgefühl. War das gleich, kacke. So muss das Sinn... So muss das einfach Sinn. So fühl ich mich wohl. So. So war wohl leider keiner. Hm. Steht der Bargierung. Irgendwo. Denk ich werd gleich verhieden. Denk ich nicht. Tja. Ich brauche weh. Und dann sechs vorher. ambassadors. So. 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 waren da jetzt eigentlich noch andere computer video spiele so wie es aussieht habe ich ein problem hallo was dann was ist es denn das habe ich noch nie gehört was denn jetzt kann mich mal in der tod schießen warum ich kann mich hallo hilfe was ist denn ich weiß nicht wie ich in die situation gekommen bin ich müsste mir kurz totgeschoss wäre am besten hätten der helm das ist mir jetzt so noch nicht passiert dann bist du stuck oder so wie du da rumzitterst ich denke unser schwarzer das ist ja hallo gut dass ich nie gegangen bin oh ja ich sehe die kommen alle die kommen ans haus direkt auf die direkt auf die pissen auf das zelt vor ich habe nur bestohlen oh ich geht es nicht geht es doch voll hin ich habe bestohl wo sind die alle geht er bloß an ihnen geht bloß an ihnen dass sie kommen lassen kann ich habe eine dreimal getroffen diesen weg aber ich habe jetzt nichts mehr zu heilen so kommen wir haben die freis geschossen weil da nicht geschossen sieht man das ist nicht ich habe keine habe nichts nur ich habe ein bestohl komm her ich spieße jetzt zelt vor ich habe doch kein schies der steht wieder wo er übergestanden will ich auch erwarte ich habe ihn ausgenockt meiner ist tot und der andere steht an dem haus wir schauen sie der planer hilfe oh Ich hab beide Ich bin tot Ja, lass ihn mich jetzt verbluten, oder wie macht er das? Wunderbar gesagt, wir schon sind, aber ja Ja, weil Ich bin schon noch ein paar Kilometer gekrabbelt Ich hab ne irgendwie mit meiner Pistole netz Was? Oh, hallo Hallo, warst du mal kurz fort, oder? War mal kurz fort Ich bin nur unterwegs für die Heilung abzuholen Ah, das ist doch schon was da Das waren aber jetzt zwei, oder waren es drei? Waren drei Äh, ja, Waffen haben wir jetzt an der Douglas, oder? Doch, leid, alles Ich hab drei zu Schuss Waren was? Fünf, sechs oder wachzig? Ja Komm her, ich hab da noch Jawohl Geil Aber, glaub ich Ich glaub, es sind noch Noch Esquatter Also, not irgendwie Wenn ich War schon noch Heilzeit-Spannert, oder hast du noch was? Ich hab, ja Ich heil mich gerade Zander, du sagst, AKM Mit unendlich viel Money Bei mir im Haus So ist man hier Ja, ist süß Bis 11 kein Rotpunkt, kein Witz Naja, im Flur Im Balkon Light die Der Leiter Wie hast du das jetzt gemacht, dass du Stuck warst? So hat's Stuck warst? Ich hab die aufgemacht Fertig Das hab ich aber wirklich anderen gehabt, ne? Also, nur 500 Stunden war das gerade das erste Mal Muss am Doktor Bock leihen Danke Ja Wenn einer zwei Rucksäcke braucht, da ist einer markiert Wenn einer zwei Rucksäcke braucht, da ist noch einer markiert Machst du einer? Söner Ja Glaub schon Glaubst du einer? Glaubst du einer? Glaubst du einer? I Gelsch He Oh Ich bin da im Rechtszeller, ja. Na, danke. Und zwei Rucksäcke. Oh, das schneiss doch Hundescheiße. Da hast du kein Visier, da hast du nichts zu heilen, bist du einfach am Arsch. Kommt einer, hat ein Visier und ich... Oh, da hast du nicht rausgeschaltet. Hallo? Hallo? Ich meine, hat man Hallo gehört. Vielleicht hast du ja weißt, wenn er die wolle. Oh ja, die bereist es. Der Bennett hätte es bestimmt auch gebraucht, nehm ich ihm alles weg, der ist eh schon total am Boden. Jetzt wird er gleich noch von der Zone rausgenommen und dann ist es vorbei. Okay. 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 Deiner Helm, zweier West. Das brauche ich nicht. Hab ich schon. Bei mir im Haus. Hab ich schon so Scheißdreck. Ich brauche das hier. Dreier. Hast du niemals. Dreier Helm. Hab ich. Hast du nicht. Doch hab ich. Hab ich schon mal. Das ist noch ein zweier West. Alter Vater. Jetzt geht es richtig runter. Ach du Scheiße. Was haben wir gewonnen? Sind wir sicher? Was? Warum? 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 Du siehst mich gleich einfach tot. Was riechst du jetzt schon? Da sind alle drüben zu und nichts Leute da heißen. Der Klinger ist gestern mit dem Bauer erschossen worden. Da war er kurz dann davor rauszugehen. Sag ich mal. Oh. Was ist das da? Weg. Ich glaube da hat ein Visier. Hä? Oh. Oh. Ah. Benno. Hui. Hui. Äh. Kurz ein bisschen kacki in die Hose. Was ist denn? Ja. Kurz die Frage. Äh. Hat einer von euch noch etwas hier gefunden? Nein. Das war Visier Wilshand. Leider nicht. Äh. Irgend eins. Ich hab mittlerweile eins gefunden. Alter ich hab eins. Ich hab allebei. Hab ich eins gefunden. Für dich gefunden. Ah. Geil. Ich hab mich extra bemüht. Ich hab einfach. Ich hab einfach. Anstatt links gemacht. Für ein Visier zu finden. Geil. Nur für dich. So macht es noch mehr Spaß aus dem Auto abgeteilt zu werden. Mit dem Visier. Ähm. Wir müssen gar nicht weiter mit dem Auto. Achso. So. Da leider zwei Helden für so Versager. Die keine drei. Oh. Äh. Oh oh. Was ist denn? Ja hallo. Ähm. Da kommt jemand Opfer. Bernhard. Sind es die? Oder du mensch? Hm. Warte weiter kurz. Ich hör nichts. Bei mir ist es geil. Ich höre nichts. Ich brauche einen dann noch erweitertes Magazin für die AR. Wenn ich wüsste was AR ist. M4. Dark AR. Ja. Assault Rifle heißt das AR. Hast du es mitgenommen? Ja. Werf es mir da vom Balkon runter oder geht es in dem Scheisschen ja nicht. Doch. Naja das geht nicht. Hallo? Was hast du den Balkon geschmissen? Soll ich den Plan mitnehmen? Ne. Wunderschmack da ist es. Dahinten sind ein paar gelandet. Ne. Der nen Cash aus. Was dann? Wo sind sie nicht? Wo sind die Spieler? Ja. Aber man kriegt nichts. Wo sind die Spieler? So. Oh. Oh. Rotbomb. Wie tut deine 3L nicht? Ich zieh gleich die Granat. Wie tut deine 3L nicht oder was? Wo sind die? Was ist das? Dahinten gelandet. Im Auto. Da war nicht das Schurkenset. Wie kann man? Soll man vielleicht der 3L noch holen? Kann man mit? Da hinten ist der eine Schuppe. Warte von euch. Warte einer. Warte einer. Oh es ist das andere aus. Bestimmt. Ich war da bestimmt drin. Da muss ich hin. Wo? Da muss ich hin. Komm. Da ist das Zelt voll gepisst. Ich riech's schon. Ich riech's schon. Also 2Z. Ich hab jetzt 2. Weil es die halb kaputt ist. Ist das gut? Hä? Nämlich schon die vielleicht? Irgendeiner hat da. Du hast ja 1. Achso. Weiß ich schon nicht. Oh. Du hast ja 1. Weil es die halb kaputt ist. Oder was? Noch besser. Das ist angenommen. Ich kann die gar nichts mehr annehmen. Schnellwechsel-Magazin. Ist das besser? Was ist das schwarze? Naja. Ist das eher blau. Die schwarze ist nicht mehr besser. Kannst du ja mal merken. Boah. Okay. Das war unlogisch. Ja gut. Eigentlich ist das schon logisch. Weil die schwarze haben. Bauen viel mehr Muskeln. Naturalluft wie weiße. Weißer. Die sind zwar. Die stinke zwar wie ein Bock. Aber kann ich nichts auch. Ja was sind jetzt die, die wir hier dafür gerissen haben? Ich weiß nicht. Ist das Auto auch gefahren? Wir müssen abwarten. Oh was macht man jetzt in dem Spiel? Wir sind mitte im Kreis. Im Prinzip müssten wir nur warten. Ja. Um gute Spieler zu sind. Ja. Genau. Kann man da vielleicht inziehen. Ja. Ist halt nicht davon. Inziehen. Das ist vernünftig. Du hast mich gleich festet. Oh. Hallo. Oh ja. Mich laden sie. Ich komme gerade drinnen. Wo waren sie her? Ich weiß noch. Ja. Ja. Ich bin oben da. Ich bin oben da. Ich bin oben da. Ich bin oben da. Bei einem rote Dach. Bei... Also auf dem Visier ca. Jetzt ist es auf dem blauen Dach. Oh ne. Ich hab dich gelatzt. Alter. Oh. Stopp. Ich hab nicht genau ein Visier gehabt. Dann ist der Kopf dazwischen gekommen. Hä? Du... Ich weiß nicht wie. Ich bin da hinten im Eck. Kommt der, oder? Ja. Geil. Nice schnell. War ich der letzte oder was? Ist das dann da gelatzt? Ja, ich hab'n Bernhard in den Kopf geschossen. Und dann hat er mir in den Kopf geschossen. Okay. Ja, das hat Spaß gemacht gerade. Ja, es ging. Kompletter Squad haben wir hier gelatzt. Der Bernhard hat da gute erste Indrücke gesammelt. Von daher... Konnte ich echt keiner beschweren. Oh, der Amadeus und die Mavet sind im Channel. Vielleicht soll ich immer mal... Deswegen hast die da hinten so rum. Kann ich's machen nehmen! Amadeus, Amadeus? Haben sie gesagt? Amadeus? Amadeus, Amadeus. 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 Wenn jetzt jeder bereit... Amadeus, Amadeus. Oh, 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 Amadeus. Oh, na. Sehr gut. Komm und rock mich, Amadeus. Ich hab'n's gesehen. Ich hab'n's gesehen. Vielleicht sollte man mal... ...dass der Bernhard mal ein bisschen mehr Action kriegt... ...in der Schule runter. Ich hab' ehrlich gesagt nicht, dass er das will. Bernhard, wolltest du nicht schon immer mal an einen Ort... ...wo 40 Leute gleichzeitig runtergehen? Wenn ich derjenige bin, der ein Shotgun kriegt? Ja. Was ist, wenn du die Shotgun gerade null ladst... ...und ich lad' einer mit der Faust tot? Muss ich damit lernen. Aber wenn du mich einer mit der Shotgun ladst... ...nur weil ich selber nix gefunden habe... ...dann macht's Spaß. Die werden schneller auf dem Dach landen, weil's erfahrene Spieler sind. Amadeus, Amadeus. Da bist du im Ohr. Was machen wir jetzt? Bin wir jetzt wirklich in die Schule, oder was? Nein. Hopp. Wirklich? Nein, ne? Geht doch von Schinski, oder? Oder was machen wir? Ja. Ich kann einfach mal... ...suchen, was es nice gibt in der Welt. Ich bin raus. Oh. Oh. Ah ja, da sind sie die Boys. Direkt an Madrasse, ah boy. Dann kannst du hier euer ehrlicher Faustkampf liefern. Oh, Bernard, rechts neben dir. An dem Haus geht er nach unten. Oh. Jetzt... Nicht so... Gutes Haus da. Also... ... ... ... ... ... ... ... Ja, das bin ich. Ich habe bei mir im Hause einen Mini-Ferzüge gelegt, falls jemand braucht. Warst du denn in deinem Haus, bei anderen, wo ich jetzt gerade bin? Ja. Oh ja, da ist der Dio. Okay. Oh, neben mir, bei Nordwest ist er. Pfff, ich will damit ich Schuttgart drüber schießen. Ich habe ihn einmal getroffen. Aus. No Stress, der No Stress, der No Stress, der No Stress. No Stress, wie schwer das ist? Kein Sinn, ja. Das kann ich einfach, Stefan. Genau. Oh. Du wickst, Cop. Du bist ein Liar. Oh. Wie viel verletzt du? Ah, geil, das ist schnell. Ja. Das macht Sinn. Die ist genau auf den Kopf. Ah, da prallt halt alles vorne ab. Ja. 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 Da ist möglich. Ich würde das gerne geben. Schreiben mal Wem dann? Ha? Wem dann? Ha? Wem dann? Ha? Wem dann? Wem dann? Ha? Wem dann? Da war die Spezi Raute No Stress Offline 205 da Vielleicht hat der andere Gaunt Wie der Käse? Stefan? Nitz Wenn wir das allererste Mal zusammen weg war der auch dabei, gell? Mhm Was ist das da jetzt? Das Grafikpfeiler Genau, es geht Das ist so genanntes Nebelspiel Oh ja, das sind ein paar Boys Das ist süße, die alle direkt anmachen und haften sind Ja Das ist ein gutes auch Ich sehe nur Weiß Naja, wieso man sieht alles Weiß bis auf die, die sind colorabel schwarz Bei mir nicht Ich glaube ich bin wo ganz anders geland Oh, oh, oh Ich bin auf dem Dach geland Ich glaube Bei mir sind zwei Gut, wenn ich jetzt was finde den Hä? Bist du? Ja, einer habe ich schon mal Sonst Muss ich auf die Stifte gehen Weil ich keine Muni mehr habe Oh ja, ich werde... Oh ne! Jo, hopp! Da ist er direkt bei mir So genau Oh Habe ich geflogen? Weiss nicht Ich denke nicht Ich denke es nicht Wo war der? Ja, da wo du bist geradeaus, quasi an dem blauen hat er, ich sag Ah, fuck, zwei Stück Oh, du hast ja Waffe gehabt Dann hat er ihn einfach direkt in die Rieb geschossen Ah, hat er die Muni mitgenommen, oder was? Hm 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 In dem Haus, da sind immer noch zwei In dem Rest, ja da wo ich bin, zwei Stück, ja Hin und dann rechts, ist noch einer, also im Erdgeschoss und obwohl, ist einer, bloß rechts, einer Rechts Zurück Hinter links, kommt jetzt rein, oder? Und er ist über dir Gehen Die Nuffenhause weg, Bernhard Dies Fresser Boah, geil, Alter Der hat schon noch mitgenockt Der wird zwar jetzt wieder belebt, und es ist nichts passiert, aber, geil! Ich glaub nicht, dass ich den mitgenockt hab Doch, das ist unfair Und falls, können wir gerne einen Videobeweis zurande ziehen Okay, Moment, ich spule den Stream zurück Hm Ist mir leider nicht ersichtlich Geh 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 Jungshander Wie ist es? Geil, oder? Ich versteh net, wir haben das Spaß morgan nur morgen ist immer noch nul spaß gemacht man tut es überhaupt nicht mal nutzte dreiviertel sie stunden also übertrieb aber man tut es so lang und wer dann einfach so von was ist die schwur gelatzt er kann rum kämpft konnten oder er kommt halt einfach um die eck oder hockt um die eck was er immer wenn man in der lasst fühlt sich das also es fühlt sich nicht als wäre es jetzt also als wäre es gut geworden wenn man erschießt es wird jetzt mal nichts genug könnt sich leid lasse und dann lasse ich trotzdem immer und dann war der andere bessere spieler hat lachsens hast recht Darum das Beste ist, wenn du dich nicht gut hieselst. Oh ja, das sind ein paar Boys. Oh ja, das sind ein paar mehr Boys. Das ist weh, das ist immer ein guter Fleck da. Immer was los. Jetzt spielt er nicht so lange. Na ja, du willst lachen, aber wenn der besser wäre, wenn dem Schnerk geht es nur so. Ja, ich weiß. Machen wir es ja. Ich bin der Gehirn. Dann hatten ich schon große Ziele, ey. Auch da hinten sagst du noch. Die Welt. Aber, ne? Direkt nicht, weil wir waren da noch. Wer? Was ist das? Oh ja, da vorne rennen. Das ist das zweite Haus, in dem einfach nichts drin leid. Im Ende Haus hat einfach komplett nur ein Sichel geleid. Wie lädt man sich nochmal eh? V. V? Z. First personal. Jetzt bin ich stolz. Wenn ich da aus dem Haus gehe, bin ich sofort tot. Oh ja, du bist schon im Streit. Komm mal, deine Latze da. Da ist doch doch irgendwo. Genau. Bist du sicher, dass da keiner ist in dem Haus? Wir schleiden nur einen Haufen Red Bulls und alles. Hmmm. Einfach keine Waffe. ja ich hab die pfress getroffen bei mir nicht möchte irgendwo war jetzt geht's ab bis dich doch das ist ein gutes haus du hast du gerade nur geladen ja ich sehe doch drinnen ja ja im sinne ich glaube es ist noch ein helm ja und ich wünsche ich würde wissen was ich hier lädt z ist vorher nicht gegangen ja weil ich das hat dann bei dir gestanden anfällig viel blockiert das ist das geht nicht das ist manchmal so leider auch wer schießt da nach Ost zwei steck hast du gerade auch im schuss können nein bei mir ist in meinem haus ich glaube bei mir auch waschen so aus ich bin in meiner haus bei dir ich bin in der gearver bin ich ich weiß auch nicht da unten da kommt die treppe hoch da kommt die treppe hoch da ist glaube ich genug ist alle leid ohne nee die brenner ist explodiert aber ich glaube die sind alle tot hop hop ich habe keinen granat geschmissen das war der Oh, hop. Ja, wana, wkurze, wana, kutknuch. Oh, bryct. Oh, das sind noch mehr, Xander! Ja, ich brauch AK-Money. Ich brauch AK-Money. Hast du AK-Money? Nein. Ja, da leid doch. Drei ist Schluss. Kommen sie. Xander, da kommen sie. Kommen sie. Ich leide extra noch, dass es hören. Oho! Oho! Oh, der wächst kap! Ist der da drinnen, oder was? Ja, was ich gesagt habe. Den haben wir wahrscheinlich nicht gelatzt. Krieg's Fress. Ich hab die Granate extra nicht aufgekriegt. Du warst voll, Mann! Ich werde ins Geländer geschossen. Oh! Oh, ist der Kieb! Ah! Oh! 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 Oh, der ist so gut! Hä? Du Scheiße! Was ist mit ihm, hä? Nein, das ist gut. Aber ist nicht so was. Heile! 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 Ah! Oh! Oh, das war... Ich habe das Gefühl, dass er sich gut fühlt. Ja, das ist der Freund. Nice, nice, super. A-A-K, das ist mein Waffe, aber A-K, das ist... A-A-K, das ist mein Waffe, aber A-A-K, das ist... A-A-K, das ist die schlechteste Waffe aller Zeiten. A-A-K. 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 gehen einfach trage dir jetzt raus und dann rechts direkt rechts 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 du bist du bereit jetzt musst du uns frieren du musst frier direkt nehmen renn einfach links 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 rechts steht oder links links alles mit ihm so zwei wachsura man das schon du es letztes mal so viel gelatzt der xander ist viel besser wie du warum hab ich nicht gewusst dass er da ist aber du da ich gut bin ein guter spieler da ist noch einer wo kommt er daher draus vater rechts links 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 wo kommt dahin der bärsch schulner schulner weh mir nach rechts ich hänge fest hat angst vor da die sau Du musst ihn sehen, gleich. Zauber, hol dich mal. Dann wieder Panischer. Alle, die daran beteiligt waren, reich zu lassen, muss ich lassen. Ohne! Scheiße, doch Gefahr, einfach. Scheiße. Oh, ich renne einfach. Was soll ich denn machen jetzt? Geh gleich raus. Oh. Das ist ein bisschen rot. Hallo. Wo ist er? Wo dann? Was ist denn? Links von dir ist er. Wenn man durch die Wand schieße, ist er da direkt hin. Nein, 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 so noch nicht. Ich bin nicht so weit. Eigentlich beschützt mich das Holz ein. Oh, mein Schnatter ist aufgekommen. Ja, das passiert manchmal. Da machen wir uns jetzt nichts vor. Das ist aber in Ordnung. Das ist einfach Zugang. Das ist wie, als hätte ich halt alte Flüge gehämmert. Ja, manchmal passiert das. Du kannst aber wieder rennen. Das ist dann so gefixt. Achso. Manchmal ist das halt so. Achso, okay. Ja, das ist normal so. Das geht halt so. Ja, das passiert. Das fördert... Also, früher war das nett. Das haben sie neid dazu gemacht. Das stimmt auch. Oh, ja, ja. Muss das sein? Warum können sie jetzt nicht einfach vorbei sind? Und ich kann wieder mit euch, ne? Ich hab's gestartet. Dann kommt wieder ein Prozess, der ist grashed. Gehört das auch noch dazu, oder? Monschmal. Vielleicht, ja. Ich lass mich dann wohl gerade genüsslich vom Gräsfeste wahrscheinlich, oder gleich kommt der ins Heißl. Ja, ja, ja. Also, der Gräs ist schon mal... Da bist du schon mal warm, sag ich mal. Da ist schon mal heiß. Also, ich versuch's jetzt doch gerade noch einmal. Ja, dann doch. Cooperation, ne? Ja, ja. Und? Wir sind noch richtig im Schwarz. Okay, ja. Ja, das ist mal schweißig. Ja, ne, 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 da ist noch schwarz, also. So langsam sollt's schon gehen. Ja, das Menü kommt so langsam. Ja, ja. Connecting, connecting for... Ja, continue kann ich jetzt klicken. Ich hab gerade mal continue geklickt. Kann Sinn, dass es sich jetzt abfängt. Dann misch's gerade noch einmal probieren, dann geht's aber sicher. Achso. Ah, okay. Dann möchte ich jetzt auch ein bisschen beeilen, weil in 44 Sekunden geht's nämlich weiter. Ja, na ja, noch sieh ich nix. Also, noch sieh ich das Logo. Ja, ich sieh das Logo noch. Fahr mit dem einfach. Ich sieh noch das Logo. Fahr einfach mit dem mit. Ja, du bewegst dich doch. Wo? Ja, jetzt bin ich da. Wo dann? Ja, Reifers, renn dich hinten in der Grässe. Achso, ich kann ja in der Grässe. Vielleicht kommt der Strasse lang, vielleicht hast du da Auto. Oder es kommt einer vorbei und haut da ins Gesicht. Ähm, pff, ja. Weiß nicht, wo da Strasse ist. Das rechts da, wo so wie die Strasse aussieht. Aber da will ich ja keinem was vormachen. Ich auch nicht. Oh, da ist es. Aha. Hallo. Guck mal noch rechts. Da ist die Garage nämlich. Da rechts. Guck mal noch rechts, guck mal rechts. Ja, da ist er noch. Das ist der Tatsch ja, Orange. Warum sehen wir sowas? Das stimmt mich da nicht. Das wäre... Du musst losgehen, ne? Oh, nein. Links, links, links. Was ist denn? Geh links, geh links. Da ist nichts. Doch, keine Auto da. Nein. Das kann jetzt nicht ein paar Orange-Datsch sind. Ist ja, Orange-Datsch, ja, ja. Dann trotzdem noch eine Rechtskugel. Das kann jetzt nicht sein. Sehen ihr das, wenn ich mit Alt eine Rechtskugel aus? Das ist gar nicht der Garage. Doch, doch. Rechts ist der Garage. Auf vorne steht doch was, oder? Ja, da geht. Oh, Xander. Ich sehe schon, wie wir auf dem ersten Platz wieder sind. Ah, ja. Ich lasse aber noch fast 50. Ähm, wir müssen mich dann ein bisschen losen, ne? Ich weiß nicht, wie ich von dort jetzt fahren möchte. Ich will nicht sagen, ich muss schnell los. Oh. Rechts. Pfeift der Strossner. Stross-Lang-Fahrer. Da, 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 da. Oder schießt was? An die Borg? Wo ist denn der da drin? Ja, wo ist denn der da drin? Ja, da ist keiner drin. Das ist nur ganz kacke. Was macht man jetzt in dem Fall? Einfach eigentlich Z-Tricken. Trick und Z. Ja, rein jetzt. Mach einfach nichts mehr. Beweg dich nämlich, mach einfach gar nichts. Oder du gehst ins Nachbarhaus, das ist zweigstäckig. Trick statt Z. Ja. Kannst du das rausholen. Ein bisschen Überblick. Okay, wo ist das Nachbarhaus? Ich will in der Treppe hochlaufen. Das ist da, das ist da oben. Ja. Wenn da unten die Gier zu ist und da ein Datscher steht und du weißt, dass du nicht mit dem Datscher kommen bist, dann ist der Nachbarhaus einer drin. Da ist jetzt einer, soll ich die mal flüßen? Wo geht's denn der hoch? Na da. In dem Haus ist keiner im Nachbarhaus, wo der Datscher davor steht. Ich glaube, außer dir lässt du nämlich keiner unter die Dio, wenn er drin ist. Ja, sicher. Sicher? Das da, das Orange, damit kann man fahren. Ja. Aber das ist gar nicht zweigstäckig. Ja, nein, aber wie ist der Datscher da hergekommen? Mhm. Ja. Ja, ich kenne erst doch das, wo campt man da jetzt am besten. Ich stehe jetzt mal... Ich stehe jetzt mal... Ich stehe als Wachserträger an deiner Stelle. Ah, wo? Da. Da. Ja. Ich kenne ruhig noch, ohne die Dio zumachen. Wieso? Nein, die Dich hat man. Die Dich hat man. Okay. Ja. Interessant. Gehen wir kurz in die Optionen, fliehen wir dann raus? Nein, nein. Also nur in manchen Fällen. Ah. Naja, dann... Das ist jetzt eigentlich ein Dämpfer, wo man mal kurz raus tappt, oder? Das Spiel wird in Jasnaja Ende. User joined your channel. Hallo? Hallo? Ach, der Fipsi. Ah, hallo. Hallo? Sind hier die komplett süchtig hier unterwegs? Wer ist das? Werner? Ja? Du lädst einfach da. Was soll ich denn machen? Ah. Guck doch mal ein bisschen. Mir... Mir ist gesagt, weil ich sollte einfach zettelgen. Ah, da kannst du doch mal das Fenster nachschauen vielleicht. Lauf da einen auf dich zu gerade. Bei dem Nachbarhaus ist es ja einer. Das weiß ich ja. Das ist ja der Faktor. Ja. 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 Geil Oh schau, da muss ich die Toten Oh scheiße Das Team ist Onlinepips Kannst du das Spektakel mit der Auge gucken? Jaja, bin schon... Ich laden grad schon Zander zeigt nur richtig, was er drauf hat Achso schon Du wärst ja wirklich verreckt Ja, es bleibt nur noch der Zander Ja, es hat die Quatsi Auseinandersetzung gehabt mit dem dem Und war vorbei Er ist schon schwach, dass du den hinter deinem Haus nicht holst Oh, ja okay, ich hol noch Ich muss kurz gucken, wo das Haus war nochmal Damit ich mich orientieren kann Das da, gell? Ja, den hol ich da Okay, ich hol noch Endlich Wann, ich muss kurz lauschen Alles nackt noch Kann natürlich sein, dass sich das der Sieg kost Braucht nix War der da? Oder bin ich grad verwirrt? Ich bin schon verwirrt Oh scheiße Da, ich war auch da Da war er Da, da geh ich jetzt ninn Geh jetzt ninn Doch der wohnt da Glaub mir, dass der wohnt da ist wohl Nee Ich komm da gar nicht mehr ninn Fahr einfach fort mit dem Auto Hm? Schneid ich auch komplett in den Grad? Ja, so ein bissl, ja Selbst in Köln bleibt Schnee, ne? Wirklich? Ja selbst bei uns, da schneid's vor Schnee, ey Also das ist ja doch zweerstöckig Ich muss voll nuff rennen Ich renne aber voll nuff Ich renne aber voll nuff Hm Und jetzt? Das war so unangenehm Das war so unangenehm Das war so unangenehm Das war so unangenehm Nur katzes Klo Ja übel Tja Und jetzt? Wagen wir es? Geil Das ist Geil Schildern im Spiel Einfach in so einem Haus Hockern Jetzt kam es ja Jetzt kam es ja Oh, ich glaub das sind ja ziemlich nah mit dem Suppressor, kann das denn? Jetzt kommt einer rein, jetzt kommt einer rein. Direkt am Haus ist einer. Links von dir. Also Südwest. Bleib einfach sitze. Das war unner. Bleib einfach sitze, das war nicht die Schade. Was kommt da rein, hundertprozentig. Ich fall im Preis, Alter, du warst so ein easy-runner Spieler. Ja, Spaß ist, ich sehe hoch. Ich bewege dich einfach nicht, ich bewege dich einfach nicht. Ich muss nix machen. Ja, ich hab nur eine Hand, also ich hab eine Hand an der... Oh, ich weiß noch. Oh, Xander, das war aber. Wie hat der mich noch getroffen? Das waren zwei Xander. Ja, ich weiß, aber wie hat der mich noch getroffen? Ich hab nur nicht gesehen. Ja, das mit dem, man geht um ein Eck drumherum und wird nicht mehr getroffen, das ist leider ein PUBG nicht so. Hä? Das ist ein Mund scheiße, ich hab nie mehr gesehen. Na ja, das ist bei mir als A, aber das bringt nichts. Dragetroffen. Das ist einfach, so ist das Spiel. Das ist der Leck, weißt du? Ah. So, mhm. Das ist das Geile in dem Spiel eigentlich. Nicechen. Nicechen, ich hätt den so easy auch noch gehabt, wenn ich grabe nicht, weißt nicht wie genau, geplatzt wär. Da hätt ich gerne Killcam g'sehen. Nein, ich mach mal. Weil ich ne einfach nimi gesiehe hab, äh, ich bin extra so weggang, dass ich ne nimi gesiehe, plötzlich Hattie. Kannst du ruhig sein, dass das Spiel kacke ist? Ja, ist es ja. Ja. warum spielst du denn dann? solchen sind schmarr overwatch na danke, das macht zu viel stress das ist viel entspannter fortnite ja fortnite ja, aber das ging dir nicht fortnite ist so beliebt, dass die selber überlastet waren wie schon mal bei pubg gehts, weil das keiner spielen will und dann gehts wir waren halt schon in Ähm, Koczynski? Ich glaube dieses Mal sind es 1 Million Leute Wir können die so schnell sehen, ey Weil wir Raketen auch nicht schießen Eih, wo hab ich ja gemacht, ey Wieso sind die schneller? Nett Alter, ist alles voll Da will ich mal raus, da will ich mal raus, ich lehne Oh oh, wenn der jetzt so Waffe hat Oh 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 Wo kommt denn er? Also apropos die Drecksau, die verschissen Lackt nur ein bisschen Das ist gut Oh 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 Der Leck ist immer gesund Oh 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 Ja, ich lehne schon Wir haben mit der Shotgun rumrötelt Oh 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 Ich hab immer noch keine Waffe Ich hab's doch gar nicht Ich bin einfach nicht gut Wo war die Westen auf Fips? In dem anderen Haus In dem anderen Haus, wo ich grad vorher drin war Wär ich da Oh 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 Und dem Oder was Na ja In dem Wurzel drin bist Bist Halter Bist du in den Kill klauen Ne Ich gab ihn dem Hinde dran Er ist Oh Da wär eine Looterverfahren Halter Ja, geht so ab. Lass mich langsam drücken alle vier. Fiss spielen. Besser Bennett! Vorsicht! Nein, Bennett!